Hallo, hier ist der Heinzi. Ich möchte gern mein originales Bundesliga-Trikot, wo ich gegen Union Berlin getragen habe, spenden. Wir als Sport-Total-Family hoffen, dass wir einige Spenden zusammen bekommen. Wir möchten wieder etwas Gutes tun und helfen. Ich wünsche euch allen eine schöne Weihnachtszeit. Bleibt gesund, macht's gut, euer Heinzi.